Äh, wir haben Räucherstäbchen. Oh, ach. Welches Räucherstäbchen? Es gibt zwei. Beide, beide. Oh nein. Und Kerze. Können wir das schaffen? Yo, wir saffen das. Saffen, saffen, saffen machen. Jemand hat seine Kopfkamera vergessen. Nein, wir hatten vier dabei. Jemand hat so viel Geld ausgegeben. Gib mir ein Zeichen. Vier Grad. Das ist kein Zeichen. Ich geh mal runter. Ich guck in Garake. Garake ist. Garake ist. Ja. Okay, dann guck ich mal noch, ob hier ein Knochen drückt. Hier die Gabel. Oh, ich hab 5. Okay. Ich glaub, er ist bei euch. Knochen? Eszimmer. Mhm. Eszimmer. Ah ja, Jakta ist. Woffe sind gefallen. Oh. Also eben, wir fahren auf jeden Fall schon mal. Ich hab die Kamera zum Schweben gebracht. Ich hab die Kamera zum Schweben gebracht. Sehr cool. Echt? Wo? Hier auf dem Klavier. Das ist jetzt wie mit dem Ständer. Okay, ich muss nach der Runde definitiv raus. Also das Stativ ist doch ein Ständer. Das ist das gleiche. Schön, wenn du deinen Ständer zum Schweben bringst. Ich hab den Knochen. Wo bist du? Wer bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo 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 bist du? Ist so ein Buch zu wenig. Wops. 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 Worschläge lassen. Und Buch. Und Elf. Wir haben Elf und Buch. Eine Schade. Ich nehm ne Kerze mit. Kerze, Räucherstäbchen? Es reicht theoretisch Räucherstäbchen. Weil wir haben hier Kerzen. Also wenn du ein Feuerzeug mitbringst. Dann nehm ich Räucherstäbchen mit. Und ein Feuerzeug. Wunden vorwärts. Wunden stepp ihn. Ich soll erfolgen. Wie schön. Wie rammontisch. Soll ich jetzt schon räuchern oder erst wenn er jagt? Eigentlich egal. Ach komm ich hab das eine verrauche ich schonmal. Dann ist das wenigstens erfüllt. Ich bin ja noch ein Spot. Und Kerze raus gepostet. Und die andere auch. Das geht ja mal gar nicht. Die soll wieder angehen. Das ist hübsch. Da unten weg. Wow. Also jetzt müssen wir ihn zu Jörgen bringen. Ja. Wie hieß der Geist? Ich schau mal. Ich schau mal. Also oben ist ein Schrank. Okay. Christopher Harris. Christopher Harris. Christopher Harris. Christopher Harris. Christopher Harris. Zeig dich. Zeig dich. Wo bist du. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Wo bist du. Zeig dich. Er jagt dich. Er jagt dich. Aber er muss dich sehen mit den Räucherstiefchen gell. Ich muss 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 den Räucherstiefchen gell. Die Räucherstiefchen gell. Boah, die Schranktür daneben hat er aufgemacht. Der hier die Tür, alles aufgemacht. Außer bei uns. Uns hat er mich gefunden. Hat geglaubt? Nein. Ja. Aber er hat mich angeguckt eigentlich. Na dann nochmal. Dann nehme ich mal das andere noch mit. Wie ist denn Sanity? Naja, die muss ja unten sein fürs Jagen. Ja. Da geht's sogar noch. Hallo Geisti. Wo bist du? Zeig dich. Ist gut. Ja. Also er ist gespawnt hinterm Tisch. Hinterm Tisch? Hinterm Tisch. Hinterm Tisch. Zeig dich. Christopher Harris. Christopher Harris. Zeig dich. Wo bist du? Bloody Mary. Okay. Bloody Mary. Bloody Mary. Hey. Zeig dich. Herr Jagd. Ich bin falsch gelaufen. Scheiße. Dann hat das jetzt erst recht nicht funktioniert. Hast du das Räucherstäbchen angehabt? Ja. Ja. Ich guck mal kurz, ob's funktioniert. Schau mal. Jetzt mach das nicht mehr. Schade. Hat grad gewunken. Zu weit gelaufen. Ich bin da immer so in Panik mit der Jagd. Was? Ne. Also ein Räucherstäbchen haben wir noch. Hm. Mh. 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 Das ist ein Räucherstäbchen wie es ist. Hast du dein Feuerzeug? Ja. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Komm, zeig dich. Zeig dich. Jag mich. Ich glaub ich geh da... ich renn dann runter denk in den Keller. Wo bist du? Gib mir ein Zeichenz. Wo bist du? Zeig dich. Wo bist du? Jetzt ist er dann gleich gespawnt. Ja, wo bist du hin? Gibst du Chantal? Gibst du Chantal? Geh leise. Chantal! Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen, dass ein kurze Pix ist einmal erfüllt. Wo bist du? Christopher Harris. Jag mich. Wo bist du? Wo bist du, Christopher Harris? Zeig dich. Das will er nicht mehr. Jetzt ist es kurz fix ganz. Zeig dich, wo bist du? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen, wo bist du? Wo bist du? Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich liebe dich. Vermisse dich. Ich stirb ja beide instant. Also, ich finde, wir machen das wunderschön. Ja. Ja. Wo bist du? Wunder toll. Zeige deine Präsenz. Zeig dich. Zeig dich. Relax, Kantal. Wer bereit, Kantal. Oh. Oh. Aber wo ist er? Am Tisch. Okay, warte. Jetzt, jetzt, jetzt. Links oder rechts? Das ist mein Schein. Ich meine, er hat mich gesehen. Ich hoffe. Ich habe die Tür genau in dem Moment zugemacht. Wo er hergelaufen ist, oder? Ja. Nach das frische Stäbchen ist es an. Ich glaube, Carsten ist warm. Der kann die Balkon-Tür aufmachen. Äh. Alter, was geht bei dir? Okay. Der macht Patrouille. Wir müssen mal schauen, wenn wir mal wieder eine Runde Arm und Ass zusammenkriegen. Ja. Ja. Äh, Among Us. Jetzt ruft er an. Call me, maybe. Das hat nicht funktioniert. Aber theoretisch hat er mich gesehen. Ja, ja, das ist doch oft buggy. Hatten wir das schon. Ja. Leider. Lukas, letztens hatten wir die Aufgabe auch. Dann hat der Geist gejagt und ich saß im Schrank, habe das Räucherstäbchen angemacht, habe den Schrank aufgemacht, habe das Räucherstäbchen rausgeschmissen und die Tür wieder zugemacht. Ja, das gibt keine Räucherstäbchen. Ja, das gibt keine Räucherstäbchen. Ja, das gibt keine Räucherstäbchen. Leider nicht. Ja. Aber wir können es ja mal versuchen. Sehr cool. Okay, süß. Oh, das war echt witzig. Da hatte ich Angst. Angst? Das war echt lustig. Aber ich war mutig genug, die Schranktür während der Jagd zu öffnen. Ja. 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 Also, ich war ein guter Aufmerksamkeit. Ich bin Österreicher. Also, ich habe mich über eine discoveredende Karte. Ich bin heute Morgen für mich. Ich bin heute Morgen für dich, ihr Planen für dich. Und dann jedenfalls schrankt ein bisschen Geld.